Ohne zu trainieren. Ja. Absolvierte Spiele. 6 Tore. 15. Verletzung. Fit. Späre. Nein. Ja, jetzt kommt das Rückspiel der UCL Playoff-Runde. Wieder gegen Pilzen. Da bist du wieder. Er zählt im letzten Spiel 4 Tore. Nein, Life of Soccer Schlee. Hä? Stimmt, deswegen gibt es ja bei den UCL-Dingern noch keinen Elfmeterschießen, weil es ja immer hin- und rückrunde geht und die werden ja zusammengerechnet. Das heißt, ihr würdet jetzt ein Tor reichen, damit du generell die Playoff-Runde gewinnst. Jetzt zum Beispiel würde Pilzen gewinnen, weil sie insgesamt 2 zu 1 führen. Natürlich auch jetzt 1 zu 0, aber das ist auch die Gesamtwertung. Die Finger, gucke dir mal das Dribbling alleine an. Der drübeet alle meine Abwehrspiele aus. Ja, du hast ja im Hinspiel nur 1-1 gegen die gespielt, ne? Ja, das ist das Problem. Ja. Aber die echten RB Salzburger haben es geschafft. Wie gesagt, die sind dieses Jahr in der Champions League mit drin. Du willst bei Dortmund oder was weiß ich immer spielen, wenn du hier gegen so einen Verein, den ich nicht mag, gegen so einen Verein und der Play-Off-Runde der UCL schon nicht bestehen kannst. Ja, das geht an den Abwehrspielern. Ja, schiebst du auf die Abwehrspieler. Nee, wenn... Digga, ich kann doch nicht als Stürmer die ganze Zeit nach hinten in die Abwehr gehen. Nein, kannst du auch nicht. Aber trotzdem, schiebst du auf die Abwehrspieler. Du bist schon natürlich gut genug. Nein, bin ich nicht, natürlich nicht. Ja, das war doch gerade meine Aussage. Kann man sowas, natürlich, kann ich da... Hä? Die sind ja zu zweit. Wo ist er da alleine durch? Chance zur Flanke jetzt. Könnte der Ausgleich sein. Locker vom Torhüter, der Ball war armlos. Hier, den nicht abspielen? Leon Koch läuft mit dem Ball. Das könnte die Chance werden. Wo ist die Lücke? Das könnte die Chance werden. Alles Guter. Wo ist die Lücke? Sie suchen sich... Abseits, abseits, abseits bei Pohoko. Ja, das war abseits. Wir bringen dir den Ball mal kurz wieder raus. Bin ich denn, Läger? Da. Digga, da... Digga, solche Tore schieß ich nie. Schieß so richtig Fiefer-Tore die ganze Zeit nur. Ja, muss ich besser werden. Dann schießt du auch solche Tore wie die KI. Weiter geht's hier, der neue Spielstandard, also insgesamt 3 zu 1. Ja, der Gehaltsmauer. Chance vertagt. Die Kugel ist weg. Ich muss irgendwie mal wechseln. Wird das seine Torchance? Wolltest du einen hinwechseln? Ja, in einem anderen Verein. Er bleibt zu viel langweilig. Erstmal auch erbeseitzt, bevor ich erbeseitzt, also bleibt sicher, aber egal. Digga, kannst du nicht ein bisschen dribbeln? Nein. Gutes Tag legen, gute Zweikampf-Duron. Ja, sicher, Digga. Warum bist du denn in der Sturm? Ja, können gefährlich werden jetzt. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Bin ich? Ja, schön geklärt, weil die Gefahr bereinigt. Nee, Digga, ich hab nicht mal angefragt. Ja, guter Pass. Na, jetzt müssen Sie aufwachen. Da ist die Erangabe. Da ist die Herausgabe. Digga, ich hab zweimal angefragt. Zweimal. Komm doch zu mir. Eeeh. Eeeh. Da wäre Platz auf außen. Da wäre Platz auf außen. Jetzt ist er auf und erfordert. Ja, du hast doch nur eine scheiße Ecke endlich. Es gibt hier die Ecke. Ecke in die Mitte. Das war nie überspringend. Er kann sich das schon... Was war das jetzt? Ja, er wollte einen richtig fetten Schuss in den Turm. Ja, aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. Ja. Ja. Das war der Pfosten. Alter nein, das hat er nicht gemacht. Nein, er geht wieder raus. Ja, es war ein guter Versuch, aber es war auch nur ein Versuch. Ja und Pech, mein Güter. Dann spielst du halt nicht in der Champions League mit der Mannschaft. Sie können nicht klären, sind weiterhin bedränglich. Die Ecke kommt. Sie können nicht klären, sind weiterhin bedränglich. Passt doch zu ihm. Genau. Bin ich jetzt. Außerhalb. Ja, aber dann. Torwart, schubst ihn doch aus Versehen noch so über die Linie, da hat er immer runtergeleitet. Jetzt haben sie den Ball wieder. Ganz in der Gescheidung. Erneut so ein hervorragender Pass. Ganz in der Gescheidung. Mann. Halt den Ball noch dicht. Gut verteidigt hier. Ja, Digga. Jetzt kommt eine Ecke und dann kriege ich auch nochmal ein Tor rein. Ja, mindestens. Das ist, der ist noch drin. Ja, erst mal. Taf. Erst mal geklärt. Seid ihr mehr draus wagen können, stattdessen gibt's jetzt Torabdoss. Mann, Mato, kein Flachspiel. Mato, eine kleine Flanke oder so. Irgendwas rein. Ja, und es kommt doch mal Konter und dann gibt's noch ein Tor. Nein. Nein. Nein, er schießt einfach komplett drüber, genau. Einfach nur zum Abfuck. Nein. Ja, halt die Fresse. Ja, das war lokal. Ja, dann hör auf, wir abzuwagen hier. Spiel hier was anderes. Fünf Neuner heißt denn der. Du bist noch nicht, dass ich das war. Ja, das war ja so. Ja, das war ja so. Ja, ich war ja auch. Ja, das war ja so.